Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Matchington Manzen. Irgendwie so, ja. Gut, jetzt starten wir das Spiel und mal ein Vollbild rein und warten ein bisschen. Müsst ja gleich losgehen. Habt ihr ja schon da runtergeladen. Stefan Red Dog, das bin ich und spielen. Oh, ich habe zwölf Stunden jetzt unendlich leben. Oh, ist ja nice. So viel will ich aber gar nicht spielen, aber egal. Habe ich. Okay. War hier nicht die Autorindbahn drauf gewesen. Ich bin ich sicher. Ich muss auch mal mal ein Mal sehen. Oh, ich hab's noch mal. Oh, ich hab's noch mal Glenanu. Was ist die Autorin? Aber gut, 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 gut. Also, das ist das. Das ist doch... Das mache ich nur hier heute. Ah, also. Hm, nur die kleine Bombe. Nein. Hmm. Ah, jetzt ist es die letzte Morseck. Jetzt nur noch die Tassen. Das interessiert mich nicht mehr. Ich muss noch in Regio. Jawoll, das waren noch zwei. Okay, dann der Gänse. Boah, letzter Zug. Dein Zug hatte ich noch. Wo war ich denn stehen geblieben? Ich glaube Bücherei habe ich gehabt. Ach so, der Garten jetzt. Das sieht cool aus. Ach so, ich weiß nicht. 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 Wie ist das? Ich weiß nicht. Ach so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. AJ, ich weiß nicht. Okay. Mhm. Mhm. Gut. Hier noch? Der Alten? Krieg ich den, wenn die Bombe her explodiert? Was Grünes brauche ich da? Ich glaube noch nicht. Ganz einfach. Ich höre mir die Bedeutung. Ich bin Stoppuck. Nein, ich bin Stoppuck. 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 Okay, das ist ... Ich muss einen runter. Gewalt. Jawoll. Nee, kaufen wir einfach nichts. Oh, eine Stunde verlängert. Ich bin auf Platz 92. Ähm, ja ... Dann würde ich sagen, erst mal hier das hier reparieren. Es ist 42, die Schaukel reparieren. Die ist besser, wenn es regnet. Oder ist hier ein Dach drüber? Ich sehe das nicht. Gut. Und wo ist mein anderes Haus? Was? Was? Ah, Alter. Oh, ich muss sauber machen. Pflanzen gießen. Bei mir ist noch Weihnachten. Level 3. Okay. Ich suche. Ähm, ja ... Was müssen wir noch machen? Hm, okay. Zurück gehen. Hierzu hier. Die ist auch noch Weihnachten. Die ist auch noch Weihnachten. Toast. Okay. Noch mal draufdrücken. Boah ... Sieh ... Sieh. 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 Ich weiß nicht... Die ist nicht gut. Unterpatb, wenn man dachte. Da auch noch was. So, das war jetzt alles hier, glaube ich. Gut, hier ist auch noch ein Haus. Gut, dann machen wir weiter. Jetzt gehen wir zum nächsten. Müsste ich jetzt alle durchschauen? Erstmal nicht. Das sagt aber noch Smiley. Ich war ja hier gerade beim Garten bei gewesen, glaube ich. Ich kriege alles drin lassen. Es ist ja bald wieder Weihnachten. Ach so war das. Neuer Weg. So war es so. Oh, da fehlen noch ein paar Leute. Oh. 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 explodiert da und alles kaputt Mist Der Mist Er ist die Die Oh, mein Gott Das ist besser Es ist besser Die 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 Und fertig! Ah, ich brauche zwei Sterne, ich habe nur einen. Ach, ich brauche zwei, ich brauche zwei. Oh jeez. Ich brauche die Bücher. Was mache ich denn hier jetzt? Ich muss hier auch weiter. Ah, das geht. Ich brauche die Bücher. Ich brauche die Bücher. Ich brauche die Bücher nur einmal. Ich brauche die Bücher. Okay. Okay. Das Buch fertig. Ich habe nur noch 4 Züge. Nein. Was mache ich hier? 13. Ah, perfekt. Das war alles so geplant. Super. Okay, jetzt würde ich sagen. Erstmal die Blumen. Oh, sieht auch wild aus. Genau. Nimm auch die Bücher. Ich brauche 3 Sterne. Das ist ja noch nicht. Das ist ein Wettbewerb. Ja, was? Oh, yeah! And we'll go, let's take it onto Norfolk. Luxury! Yes! Hmm. Okay. Ach, die drei Kisten. Was mache ich jetzt so? Ach, mache ich einfach den hier. Ganz einfach. Und fertig. Juhu! Oh, ich bin auf Platz 61 gewutscht. Einstirn, die hatte ich gerade nicht schon einstirn? Na ja. Das sieht doch schon einigermaßen gut aus. Jetzt noch Baum noch ein bisschen. Ach, da kommt doch noch ein Bett rein. Ein Blumenbett. Problem ist bei dem Spiel. Ich bin zwar jetzt nicht so ein großer Fan von dem Spiel. Aber im Fall ist hier voll die Zeit. Also, das ist nicht kein Problem. Ist eigentlich nicht gut, wenn das so ist. Ja, das ist nicht so. Ja. 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 Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. 1, 2, 3, das wäre der hier. Ah, noch 5 mal. Soll ich ihn doch schaffen? Ne, das schaffe ich nicht. Boah, noch 2 mal. Oh, ich kann mir zahlen für 5 weitere. Dann muss ich allerdings hoffen, dass ich das jetzt noch schaffe. Und so was hat man jetzt. Dann bringen wir mal das Ganze hier. Zack. Laden, laden, laden. Noch einen Stern brauche ich. Okay. Ich brauche noch grün und gelb. Ach, geht was hier da oben. Blau habe ich schon. Jetzt nur noch einmal grün. Da ist ein Grün. Ja, blau tut mir so ein bisschen weiter. Da ist es. Da ist ein Grün. Hmm. Bis zum nächsten Mal. Ach, nein! Oh, explodiert nicht. Ah, dann ist doch okay. Das bräuchte ein Geld. Oder Lila? No, no, no! Die nächste Runde bitte. Wir sind ja erst bei 119. So, dann schauen wir mal. Hören wir mal erst mal das Blumenbett fertig. Na, das muss ja auch so wild sein mit drüben. Dann würde der am besten dazu passen. Jawohl. Gut. Neuer Auftrag. Oh, ich habe ein Geschenk. Kann ich gerne? Natürlich nicht. 120. Oh, das sieht ja übel aus. Das sieht ja übel aus. Das ist immer so. Immer das gleiche mit mir. watch audio. Komm, shins raus. Mit S 350. Ich binheres voller auf dem, ich glaube, es ''ELL'," Das war's für mich. Ja wohl, ein bisschen fertig. Ja. Ja wohl. Herzlich willkommen, danke schön, ich habe auch viele Kühlbühne, da kann ich ja in ein Haus ganz schön viel was machen, aber erst mal wollte ich hier noch ein bisschen weiter schocken, was ist das? Oh schön, das ist das Perfekt hier. Oh schön, das ist das Perfekt hier. Oh schön, das ist das Perfekt hier. Ich muss da ein bisschen mehr was kaputt machen. Aber da komme ich so schlecht ran. So, Mitte ist frei, es fehlen nur die grünen Felder. 20 Stück, 5, 2 Stück. Das ist gut. Genau. Juhu, geschafft. Das ist eine schwierige Geburt, aber wir haben es geschafft. Alles Gutes zum Geburtstag. Untersuchen von einem Baum. Da ist eine Maus. Eine Maus. Und verkauft. Und verkauft. Eine Schaukel haben wir. Achso. Da kommt die Schaukel dran bestimmt. Da kommt die Schaukel dran. Oh ja. Was passiert jetzt? Oh oh. Bombe. Shit. Was ist das Perfekt? Ich hätte den Brief dann nehmen sollen. Ich hab mir gedacht, ich mach die Tassen kaputt. Äh. Und dann, wo ich ausgelöst hab, fiel mal, hm. Auch ich den Brief nicht genommen. Äh. Seiße. Okay. Da ist der Brief weg. Und da ist der Brief. Shame. Das kommt ein schwieriger Grund. Und da ist der Brief. Super. Die schwierige Runde. 120 ist schwer. Okay. Super. Die schwierige Runde. Die schwierige Runde. 120 ist schwer. 20 ist schwer. 23 ist schwer. Das, wie wir wieder an discovery machen mit. камeras habe ich michаж, dass euch nicht следующischeraime事 machen dürfen. hört diese Verbauf an! Hm. Gut, die Mäuse sind weg. Machen wir hier als nächstes. Das hier. Jetzt muss ich noch nach links rüber. Hm. Damit geht das zum Beispiel. Ach, ich muss nur einen runter. Einen runter. Genau. Jetzt krieg ich alle drei. Super. Mäuse sind alle weg. Jetzt noch die grünen Felder. Das eine. Wie komm ich da hin? Lila. Fertig. Nächste Runde. Ja. Boah, 728 Glühbirnen. Oh. Auf Platz 15 bin ich schon. Ja. Mein Lieber Herr Gesangsverein. Ich bin hier richtig gut. Gut. Da. Kommt noch was Neues dazu. Nein. Nur noch die Schaukel. Dann ist der Garten fertig. Super. Wenn wir den Garten fertig haben. Dann gehen wir zum anderen Haus wieder. Machen das fertig. Und dann machen wir das fertig. Und dann ist es 12 Arms. Oh, da kommt ja gar nichts raus. Ah, ich weiß. Ja. Genau. Und diese. Und diese jetzt. Ach. Komm. Hm. Den brauche ich ja nicht. Den bräuchte ich da. Hm. Und die Mäuse sind. Tada. Was soll ich nur? Musik machen. Eins. Guck. Und fertig. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. So für die Schaukel braucht ich zwei Sterne. Zwei Sterne habe ich. Und dann werden wir jetzt mal die Schaukel anbauen. Erstmal hier. Blumen gießen. Oh, noch viel Wasser. Naja. Ich war auch schon lange nicht mal online. So. Ist der Abteil vom Garten fertig? Geräusche untersuchen. Oh, da muss er doch noch einmal machen. Das Abteil ist noch nicht ganz fertig. Letzte Runde wahrscheinlich dann. Es geht schon. Oh, das geht schon. Und dann geht's. Um, da muss ich alles haben. Ich bin jetzt ein weiterer. Bist du jetzt. Du. 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 Okay, and let's go. Oh, schön. Oh, jetzt mal den hier. Voll, dass hier raus geht. Hm. So, jetzt haben wir hier oben die Ecke. Die müssen wir klären. Hm. So. Zwei. Hm. Such den darin vor. Der ist wie will. Hm, hm. Ah, super. Jetzt brauche ich einen gelben. Einen gelben. Ach, nee. Einen gelben. Oh, das war einfach. Ah, jetzt ist der Grüne. Dann bin ich fertig. Da-da-da-da-da-da. Ich hab auch Glück, dass die Sachen so gut sind. Ach, 64. Eieieiei. Okay. Gleich haben wir die Gartenhütte schon fertig. Gut. Das war ein Stern. Genau. Geräusche untersuchen. Was kommt da raus? Ein Hund? Ein Küken. Ich habe jetzt einen Küken. Oh. Drei Sterne für ein Vogelnest. Das müssen wir noch machen. Wir können den Vogeln nicht unterliegen lassen. Jetzt kommt eine Turbrunde. Hoffe ich. Okay. Dann haben wir schon mal hier. Dann war's. Hey. Was ist die Bombe? Wie sieht das aus? Warte, wie sieht das aus? So, wir haben eine Bombe. Oh, das ist cool. Da war schon mal ein bisschen wieder weg. So, Gott! Super! Exzellent! Auf Platz 4. Wow! Und dann, 3 Sterne waren. Das brauche ich fürs Kuppen. Okay. Ach, man braucht gleich das hier. So, wir müssen mal eine Tasse legen. Oh, das war ein Fehler. Naja, dann wollen wir wenigstens den hier. Hm. 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 So, nächste. Erstmal einen 4 nehmen. Klabe nehmen. Um noch was Gutes zu sehen. Nicht wirklich, oder? Nehmen wir erstmal den. Die letzte Maus. Jawoll. Aber. Aber. Hat auch ein bisschen Farbe. Na gut. 100. 100. Und dann noch einen Stern fürs Kükeln. Das ist nur saubermachend. Aber jetzt wirklich das letzte. Das Kükeln muss auch das letzte sein von dem Stück. Okay. Was Neues. Die Vögel. Fantastisch. Musical. Mm. Daten der Verweiler. Was für eine Grenkt! Ah so. Was ist das? Wir haben noch 6 Runden, das schaffe ich nicht. Ach so, immer wenn ich einen Vogel mache, der ist dann wie eine Rakete. Aber auch reicht trotzdem nicht. Na gut, das schaffe ich nicht für 5 Zügeln. Muss ich andermal machen. Und dann würde ich jetzt sagen, der Vogel bleibt dann unten. Und ich dachte, das muss ich machen. Das bleibt dann auch unten und wartet bis er ums. Nein, tut mir leid, ich muss doch machen. Tut mir leid. Das war nur ein Spiel, da wird auch noch ein Jahr, warte, wenn ich jetzt ein Jahr spiele. Aber nein, das muss ich machen. So, 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 so. Mensch, fängt doch schon der Löse an. Schreit man? Uh. Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Kühlschrank ist auch wichtig, ne? Die Couch. Naja, das ist ein Landhaus, da braucht man ja nicht so eine Leder-Couch. Oder so eine robuste sieht auch viel besser dazu. Ein Tresen. Ein Stühle. Kann ich die Stühle noch mal ändern? Oh ja, das Geländer ist kaputt. Ja, kann man hier mal. Dadurch. Was macht denn Spaß zur Couch nicht? Naja, egal. Sieht aber alles ein bisschen komisch aus. Sieht zusammengeschmissen aus. Da war es, da war es. Ne. 400 habe ich noch. Kuckucks Ohr. Ach, die ist besser. Eichhörnchen, Blumen. Nimm mal bauen. Hey, ich bin noch gar nicht fertig. Wie, das war es? Ich habe doch noch so viele Punkte. Abgeschlossen. Na gut, da haben wir den auch schon fertig. Ging eigentlich ganz fix. Ah, gedruckt lassen ist das. Eichhörnchen. Ne, muss halt sein. Ne, muss halt sein. Naja, egal. Lass mal. Da kommt man leider nicht rein. Gut. Ich würde mal sagen, das war es für heute. Das Spiel beenden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Hallo. Vielen Dank.